Dieser riesengroße Kolonia-Aufzug ist leider gesperrt und nur mit einem Schlüssel rufbar. Der Aufzug fährt ganz nach unten und wurde an dem Götzenichhaus angebaut und in der erste Etage besteht ein Übergang zum Kongresszentrum. Und das war's auch. Leider kann ich mit dem Aufzug nicht fahren, da dieser gesperrt ist. Und das war's. Ich bin unsterblich.